Gilt die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro für das ganze Jahr 2022? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Viele Fragen gibt es zum Thema Hinzuverdienst neben der Altersrente. Die Hinzuverdienstgrenze von 46.060 Euro wurde auch für das Jahr 2022 angehoben und gilt ab dem 1. Januar 2022 bis zum 31.12.2022. So sagen es die gesetzlichen Vorschriften. Und uns erreichte eine Frage zum Thema Hinzuverdienstgrenze. Gilt die Hinzuverdienstgrenze im Jahr 2022 für mich auch, wenn ich nur noch bis zum 31.07.2022 arbeite und danach aufhörer zu arbeiten? Bekomme ich dann ab dem 1. Januar 2022 meine Rente ohne Hinzuverdienstanrechnung? Ich werde 46.060 Euro als Bruttoeinkommen bis zum 31.07.2022 nicht überschreiten. Also in dieser Fallkonstellation ist das eigentlich relativ unproblematisch. Ja, die Hinzuverdienstgrenze gilt für Sie das gesamte Jahr 2022. Die Hinzuverdienstgrenze ist immer eine Jahresgrenze, immer ein Brutto-Jahreseinkommen. Als Gesamteinkommen wird bei den 46.060 Euro erfasst. Beispiel, Sie gehen vom 1. Januar 2022 bis zum 31.07.2022 arbeiten. Danach machen Sie zwei Monate lang nichts und fangen dann ab 1.10. wieder einen neuen Job an. Dann wird der gesamte Verdienst, den Sie haben, vom 1. Januar bis 31.07.2022 zusammengefasst. Und es prüft die Deutsche Rentenversicherung, ob Sie die 46.060 Euro mit Ihrem Hinzuverdienst entweder nicht erreicht haben oder überschritten haben. Und in dem Fall, in dem Sie diesen Hinzuverdienst überschritten haben, wird der übersteigende Betrag über den 46.060 Euro auf Ihre Altersrente angerechnet. Und dann kann es im schlimmsten Fall für Sie zum 1.07.2023 in dieser Konstellation dazu führen, dass die Deutsche Rentenversicherung von Ihnen Geld zurückhaben möchte. Aber im Grundsatz heißt es, die Hinzuverdienstgrenze gilt grundsätzlich immer für alle Einkünfte, die als Hinzuverdienst im Jahr 2022 erfasst werden und auch zusammengeführt werden als ein Jahreshinzuverdienst. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.